WELKOMM TO UN JEDEREN DE DESA VON DEURSCHEN SENDUNG VON WORTSACH DE BIBEL WARE ENGESTALT HAVT. UN REDNER ES JAHON DICH. UN REDNER ES JAHON DICH. UN SO KOMM DUT RAM, DUT MOSES VON ZUMARIEST BIT ZOOVERST MENSCHENFER SIG HAUD, WUH HE STREDIGCHETEN ABHEWEN SULL. EINES DURES KOMM SIN SCHWERFODER, JATRO NOAM. HEI HAUD AM AL LANG NICHE SEINEN, SEIT EIT, OSGOT TOAM EN DUT BRENNENDE BOSCHREDEN DEID, IN AM TRÄG NO EGYPTEN SCHÄKT. DESE YEGENT VIEGE DEI STÆD, WHU MOSES AL 40 YEAR AUS SCHOPSHÅD TOU GEBROUGHT HAD. NU KAMM JATRO AN BESIKEN, UN UTOFINGEN, OPDAT ALASUWEA WAUT HEI GEHEET HAD, WHU GAUT MOSES IN DE KINGE ISRAEL VAUM FARAO GERAAT HAD, und wollte er an durch die Wildnis, was hier gefeiert hat. Das hat Jethro gesagt, Frau, und er sagte, Die Haar sie geluft, die johnt ihr raadhaft ut die Hänge von Ägypten und ut Farah aus ihnen Hand. Nu habe ich erkannt, dass die Haar geräte es als alle Jette. Dann nahm Jethro ein Brandopfer und ein Schlachtopfer und opferd hat ihm Haar und mögen Grotet Mühl. Moses und Aaron und all die Ältestes von Israel werden dort eingeladen. Als Moses den Schwervorder da ein paar Tage spaziert hat, sage ich, wo Moses sich ever arbeitend hat. Nachdem er das alles beobacht hat, sagt heute Moses, Das ist nicht gut, was du da da ist. Du und das Volk, was von zu Morgens bis zu Overs da in der Rehe steht, bringen du in der Grund. Diese Abkauf ist fehlte Schwer für die, dass du dir allein trägst. Sieg dir ut das ganze Volk, Gottesferchtje, Tischtje, Mana, wort die mit dieser Abkauf halbendäunen. Dann saht an ewer Düsend, in ewer Hundert, in ewer Fäftig, in ewer Thien. Diese sollen dann nur all die Striedigkeiten in Frühen sein, in bloß die allerwichtigste Frühen wurden dann nur Moses gebracht worden. Das tut Moses dann auch, und dass wir verahmen eine sehr große Erleichterung. Wir können von dieser Begevenheit auch viel lernen. Das ist nicht Gott's Sinn willen, dass wir uns mit unsere Arbeit anbringen. Den rot, wort Jethro Moses gauw, ter wir auch wellig annehmen. Er kann schurken, wo die Predjash in der Älteste schmeinen, sie sind der einzige wort beraubend sein, den Haaren zu deinen. Sie wollen dann alles selbst steunen, und denken die andere Glieder in der Gemeinde hansch eine Abgauw. Aber die Bibel lehrt alle Werien hier in dieser Entstehlung. Predjash in Ältestas hanswicht jo Abgauw, aber sie sollen nicht präuben, alle Arbeit zu tunen, wortet eine Gemeinde gehaft. Lass mal Epheser, Kapitel 4, Vers 11-12. Du sagst es so, in der 3. von Jesus. Seine Goven werden diese, dass er einste aus Apostel, einste aus Propheten, einste aus Evangelisten, und einste aus Hords und Lierers anstallend hat. Dit deut er, um Gott seine Kinga, zum Christlichen Deinstreit zu merken, wodurch Christus ihn lief, dort ist die Gemeinde gebüht worden. Dat meint, dat diese leider störe sind, um die Gemeinde rein zu merken, dat die ganze Gemeinde fähig wordt, den Herrn zu deinen. Wo ist dat in Jünger gemeint? Erst durch jästelget leven? Se je aus Predjash darum besorgt, dat die Glieder in die Gemeinde reitgemerkt worden, um den Deinst in die Gemeinde zu übernehmen? Oder jeftet in die Gemeinde keine gelegenheit, für so eine Menschen als dit, auch in Deinst zu tunen? Wat meint dat dan, wann die Bibel sagt, sie zellen reitgemerkt worden? Met reitmerken, reetet vom Unge Rechten. Wie han als Lierers, ne Abgove, wat veel widerjet, os am Sintag ne Predigt te brengen? Wie sollen onze Gemeinde in Gott zien wordt, unge Rechten, nicht bloos ne Predigt, verlesen? Wann menschen werkelijk Gott zien wordt, derch gönend studieren, woran sie ook so weit kommen, dat ze andere dort leren tennen. Denk je mal nennen, wo neidig, der unge Recht, onne Kinger in de Jugend is. Dort tennen de Predigt nicht alle naakomen, ob er dortou, kevinerie i Mane in frühes Reitmerken, wat dat dan tennen. Vielleicht sagst du, zo hab ich dat nicht geleert. Dat is aber kein bewies dofer, dat die oule Weich gott zien willen wir. Zellen ons die Kinger mal so wenig wird, dat wir in e Kjork nuscht verday haan, in die nuscht beiden doan? Jezus siede mal, lot die Kinger no meekomen, wie es van soene, as dat recht gott is. As dat reicht, wann wie die Schoult dat ever loten, wat die Kinger leren? Eins gesaien, sei er schwind, je leren, je verkeerder. Wer immer sonst sagt, as je in dort, wat Gott en sin word, die Bibel, klar sagt. Doorwehen soll wie ons Gedanken merken, wau wie in onze gemeinten no da komen, no dort, wat die Bibel chlor leert, en nicht bloos dort, wat menschen no more as realen, in Sitten, zich ongewandt hebben. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. wissen, sei unbegabt. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem wir er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo bist du von ihm gebraucht mit deinen Gaben. und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Kannst du trösten und beraten, hören, wenn ein anderer klangt. Oft will Gott nicht große Taten, Liebe ist gefragt. Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo bist du von ihm gebraucht mit deinen Gaben und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Willst du das mit anderen teilen, was dir Gott gegeben hat? Willst du reden, helfen, heilen, so wie er es passt? Irgendeinen Platz hat Gott, an dem will er dich haben. Irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Irgendwo bist du von ihm gebraucht mit deinen Gaben und wenn du ihn fragst, dann weist er dir die Arbeit zu. Moses hat gesäuert leicht und zu seinen Schwerfutter sein. Dort scheint er nicht so. So ist das, habe ich dort noch einmal gehört. Er hat sich leicht und an das Aule vorst, aber er hat dort nicht. Er scheint, dass dem Herrn sein Wellen nicht immer das Aule ist. Das Aule ist bloß dann Gott sein Wellen, wann das auf den rechten Grund steht. Dort noch soll wie alles priefen, ob wir uns sitzen und gesatzen vorst holen, bloß willst wir das immer so gedonen haben. Oder hol wie dort an vorst, willst wir weit in die Zinn eine Schrift verankert. Moses will ich die Dinge anders tun. Dort wird nicht bloß heil, ob auch das ganze Volk geholpen. Fang doch auch damit an, dass die Gemeinde beter reitgemerkt wird, um den Herrn zu deinen. Ich habe dort in die Gemeinde eine Möglichkeit, dass Kinder und junge Menschen an Gottes Wort ungerecht wollen. Ich habe dort auch Möglichkeiten, dass junge Menschen auf Port taub kommen können, wo sie gauw die Christelige Lieder singen und wo sie von ihrer Jugendleiter gauw die biblische Antworten kriegen für all die Frühen, was die Jugend immer hat. Wenn die Türke für die Jugend nichts nicht beiden hat, dann ist das selbstverständlich, dass die Jugend sich dann ihre eigene Beschäftigung sieht, was über vierkern ganz, jägen Gottes ihnen wählen geht. Worum trifft die Jugend sich fürkern bloß ab ein Galsraum, in der es alle hand schlachtet? Worum geroden unsere Kinder eine schlachtige Saalschaft und fangen an zu süpen, in sogar Schwinerie zu drüben? Dort liegt meistens daran, dass die Kinder, als sie kleiner werden, wenig geliert ist worden, was das meint in Christ zu sein. Dort liegt auch daran, dass wir unsere Jugend nicht bewiesen, dort wie ein Aan genug interessiert sind, dort wie mit Aan wird taub haben, so ist Jugendstunden in Singstunden. Wollt die Jugend, dass Jesus ein Leib hat, und will haben, sie sollen ihr Leben am Eber geben? Bloß die Jugend zu sein, sie sollen Schmack sein, halb so viel, als ein blingend Mensch zu sein, er soll checken, wo er anstaubt. Solange die Jugend sich noch nicht zu Jesus bekehrt hat, haben sie auch innerlich nicht die Kraft, um Schmack zu sein. Wann unsere jungen Menschen so nur gorschtige Dinge daunen, so es er kurz beschrieben haben, dann liegt die Schuld nicht im ersten Fall wie ein. Die geratste Schuld liegt jeweinlich bei den Älteren und bei den Leidersch von der Gemeinde, die sich nicht viel darum gekämmert haben, wo die Kinder und junge Menschen in der Bibel beigebracht wurden. Für die Schuld liegt die Schuld auch bei den Leidersch, wie sie selbst nicht duran gelaufen, dass ein Mensch sich zu Jesus bekehren kann, und doch er dann auch weiten kann, dass Jesus am die Sünden verjäft hat. Mit so einer Ernstallung ist so ein Leider dann auch nicht am Stand, seine Gemeinde zu lehren, in Reihe zu machen, dass alle Glieder fähig waren, den Haaren zu deinen. Die Haare wird uns als Leidersch verantwortlich holen, auf wie die Gemeinde an Gott sind wird unser Recht eingelieert haben, oder auf wie an meistens alle Reilen vergehauen haben, was wenig mit der Bibel zu tunen haben. Ich möchte von Horten reden, dass wir diese Gedanken nicht immer gerendlich überleihen, und anfangen zu beten, dass der Haare uns Weisheit schenkt, was wir in unsere Gemeinden verändern sollen, dass wir die wahre biblische Leer niederkommen. Moses hat nicht sein Hort verhorden, als sein Schwerfutter am Gäudenrot gaufe. Er hat das, und dadurch hat er das erstens leichter, und das ganze Volk wird dadurch geserhend. Leiver Leider, du den Hort nicht auch jähend verhorden, was der Haare die sagt. Du hast eine gute Verantwortung, ob du deine Gemeinde nur Jesus in das eigene Leben führst, oder ob du ein Leiver wie das Aule hältst, wo in jeder durch sein irgendein Schmack seinen soll versieken, Gott zu gefallen, ob er immer ohne eine falsche Hoffnung dort ihre Sünden wirklich verhebt sein. So ein Denken ist ganz und gar ab eine Wurkengerechtigkeit gebührt. Weil wir immer daran denken, was die Schrift sagt, hier sind durch Gott sie nicht Not gerät, wie es sie leben. Dort ist nicht durch eine Wurken, dort hat Gott ihr geschanken, dort ist nicht die Wurken, so dass keiner ihr sagt, sich selbst zu loben. Dort folgt Israel wie nur drei Monate unger werjes. Nü wird die Tietje kommen, dort sie war wieder trocken. Und so kommen sie an die Wüste von Sinai groß jähen ever von dem Sinai burch. Dann stieg Moses ab diesen Burch hinab und mit den Haaren zu reden. Hier sie die Haare am wot sie plohen für das Volk wie er. Ein Kapitel näh in Tien fahrs feuer but saß sie die Haare so. Jä han jä seinen wot ek die Ägypte hab au jä donen en wou ek junt op odlas flichten gedroogt hab en junt hierher gebrocht hab. En nu want jä woren wellig sennen op mene stem te hieren in mene bund te houlen dan wo jä mank ole veldja mene ejendom sennen wens mie de ganse ee die heet jä zellen für mie in kennings rik von priesters sennen in heilje nation disse weid saßt du to de king israel zain dan raubt moses all sine ältester staub en se dan wat got jasacht haud en dat se dit an dat ganse falch weder seien sollen en wat leifst du se dat falch do hat wat al dreimal jä en moses rebelliert haud se se den alles wat de haare jasacht haud wel wie donen dit schient einem en betje eil leiflich te sennen seien kun woram hast du ans uite jippen gefeet nu ab einmal seet se wollen ganz jahorsam alles donen wat de haare an seet ek nehm an feele am falch wissten go nich wat se do verspreken ek leif se haud bloß dat latste gehet wo de haare an versprek dat se in besonderet falch senne wudden wat seine priest senne sollen dat se ober jahorsam senne sollen in den bund met got haulen hauden se nich fele ever gedocht dat dit de faul wir sei wie lot er ganz klar os dat volk dit verspreken had aufgejevt dan se die haare hei soll dat volk für die nächste zwei der heiljen dat meint sie sollen ihre kleider woschen en sig büterlich och bännerlich reinhaulen der grun dofer wir dat die haare ab den sinne eiborg sig am dritten dag dem ganzen volk open bohren wud woram wir dit alle neidig wie matten verstohnen dat dit volk am grauten den ganzen seie wenig ever den gott von abraham and isaac und jokob wist für ever dreihundert jahre hadden die king israel man der heidnische ägypter gewohnt ever so ne lange tid wie er verständnis von gott verdunkelt seie fehl von an hodden aus gewahnheit dot sie die aufjärter von ägypten anbäden den do wehen muß die haare durch moses an ärmer war da seien sie sollen nicht die aufjärter anbäden dit volk muß ist dem beliert woren wo heilig gott es he es nicht so aus die ägyptische jäther verarm kun china bestohlen wat nicht reinigt wir dot soll dat volk nu er woren gott seet moses dat heid det volk streng belieren soll china durf ab den sinai boch nab stehen sie durf den boch nicht mal anschieren wer dat deid auf tier oder mensch die muss do gemerkt woren worum wills gott an seine herrlich zeit ob den boch stohlen wud in cain geschaufnet wesen es ensig würdig vergott te stohlen wer wer ist wer wer ist herr wer ist Wer ist heilig, wer ist Gott? 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 Wer ist heilig, wer ist gerecht? 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 Wer ist heilig, wer ist heilig, wer ist gerecht? Am dritten Tag brücken Blitzen donnerlos in soja dunkle Dichte, welche lagen ab den Burg. Dann fährt Moses das Volk, dass sie sich alle Ongen beim Burg anstellen. Dann kommt der Herr an ein Vieh rauf, ab den Sehner ein Burg so, dass der ganze Burg anfängt zu riechen und zu beben. Dann raubt der Herr Moses, dass er nur am Nab kommen soll. Hier befahl heil Moses, dass er fuhr zwar darauf hink, das Volk zu warnen, dass nicht irgendwer ab einmal wird, auch noch zu stehen, und dadurch viele Wundenmaten angebracht worden. Von dieser Begebenheit sei wie wahrer, wo ihr nev Gott hat mit seine Ehe nehmt. Wenn wir seien, dass der Herr in Gnädje Gott ist, sei wie du damit nicht, dass er auf irgendein Weg schlaubt ist. Wenn er uns gnädig ist, in unsere Sünden verjäft, meint er nicht, dass er einst einmal das Öl tut knippt, und einst einmal nicht. Wo kann Gott dann Sünden verjewen, indem Menschen doch noch umleben loten? Das geht bloß, wenn meine Sünden durch den Tod von den anderen in meine Sünden betont worden ist. Da wäre ein Gaufgott, das Volk Israel lott, die ganze Einrichtung von den Opfern. Du musst immer ein Tier sterben, um die Sünde zu bedanken. Ob er aus Jesus kam, kann er für alle Menschen sterben, weil er selbst keine Sünde hat, wofür er sterben musste. Gott leitet dir, dass Jesus sein Leben für uns gaufe. In andere Wied, sterf er wegen meiner Sünden, in wegen deiner Sünden. Wenn ich nun im Glauben annehme, dass Jesus in meine Sünde gestorben ist, dann nimmt Gott mich an, so als wenn ich niemals gesündigt habe. Dort nennt die Bibel der Rechtverdachtung. Gott kann uns dann Gnod bewiesen, weil wir uns vertrauen, ob Jesus seine Gerechtigkeit seht. Hast du das alles getan? In unserer Geschichte hier, sei wie wo irgendst Gott hat mit seiner Heiligkeit nehmt. Er hat sich noch nichts verändert. Wo immer Gott sich offen bohrt, kann der Mensch an seine eigene Gerechtigkeit nicht bestohlen. Moses kon bestohlen und wird sogar von Gott ab den Burg noch geraubt. Wo wird dort dann mehrlich? Moses hat lange trägt sein Leben dem Herrn anvertritt. Dann, als der Herr in das brennende Bosch mit ihm reden hat. Er hat sich lange wehren, dort zu tun, was der Herr am sehen. Aber schließlich denk ich doch. Bist du auch so ein Mensch, der sich für Gott weht? Er hat dich von der Raupen. Krieg, so ist du best. Betan ihm doch deine Sünden und nehm ihm aus dein Herr in Rade an. Dann muss ich noch einmal was sagen, zu den Familienvoters in den Preders und Leiders in der Gemeinde. Sei doch, was für ne graute Abkauf der Herr dir gejeft habt. Der Herr leut darauf, dass du dir das erste anbekehrst, so dass du deine Familie auch noch anbringst in einer Schrift und gerechtend hast. Wenn du in Prediger bist, möchte ich dich fragen, hast du dich allemal zu Jesus bekehrt? Kannst du sagen, dass er deine Sünden alle verjeft habt? Wenn du das nicht sagen kannst, wo wirst du denn deine Gemeinde dort lehren, dass Jesus Sünden verjeft, in die Menschen, die Büsse daunen, in ihr Leben jeft? Wenn du wirklich wahre geboren bist, dann las doch in das Neue Testament besonders die Brei von Paulus, wo er eben die wahre Gemeinde schrift. Weil wir daran denken, der Herr wird uns eines der uns verantwortlich holen, auf sich durch uns Menschen zu ambitiert haben, oder ab wie die sogar davon aufgehauen haben. Mocht du Herr uns öppene Horten schenken, so ist wie Moses, die welle ich wie den Rot anzunehmen, wort Gott am Dach sind schwer vor der Golf. Weil wir nun noch tot beden. Lieber Herr, du hast alles geheht, was von dir gesagt wird. Du möchtest so hören, dass deine Gemeinde auf Ede erweckt wird. Schenk, dass von dir viele Prediers ihre Abkauf von neuem wahrnehmen. Und wann du so sein würdest, was ich erst einmal am Glauben die Hand geben magten, dann schenk einen büß vor dir das Hort. Dort werde ich an Jesus sie nomen. Amen. Du bist auf den Weichn um Himmel, du sind die nicht in ja nü. Wohol am Dankst du den nicht mehr dir, dort in молодej ewige Ruehn. Hellen bringt dort jene Chinter, de de haue aufvertrückt. Nur den Heiland, Frieden und Sinder, den dort jenem Staat erhügt. Worum zerten die Netenia, nun nicht längst nicht hier wie die? Worum zerten die Netenia, mit der Welt wird aus dem Frieden. Sperren bringt auch die Netenia, den der Heiland, Frieden und Sinder, der dort jenem Staat erhügt. Ellen, sag doch jenem Tienia, wo sie keine selig wohnen, Haupt an Wesen und Vergebung, dort nicht in die Netenlohn. Ellen bringt auch jenem Tienia, den der Heiland, Frieden und Sinder, der dort jenem Staat erhügt. Wenn sie noch fragen haben, oder mit irgendwen reden möchten, über das, was sie auf dem Programm gehört haben, dann schrift doch nur die Radiostation, von wo sie das Programm gehört haben. Die können auch an mich schreiben. Und ihr Hohendich wächst 361 Blumenort, Manitoba, Kanada. R 0 A 0 C 0 Ergänzschiola negativiert, abonniu. Bis zum nächsten Mal.